Der ist zum Beispiel mit der Kackseidung. Da war zum Beispiel mit der Kackseidung auf den Club reingescht. Ähm, ich schläge manchmal so ein Kling. Ja, ich würde sonst Mixweiter rauskommen. Ja, ne, ne. Schiefverhalten. Schiefverhalten. Die zum Beispiel, da hat der Björn ihn vorgestern mal durchgezogen, aber da musst du so schnell sein, die probier ich auch lieber nicht. Und das ist wie irgendwo seine Spur. Ich glaube, das ist halt dritter Gang, echt wie die Linie. Aber ich weiß gar nicht, ob es Matthias läuft. Wir sind jetzt in der zweiten Zeit eigentlich fast zu kurz. Jetzt sind wir wahrscheinlich... Oh, der macht gerne mal genutzt. Na, war schon zweiter Gang dann fast ein bisschen zu... Da fällt jetzt fast ein wenig der Hebel zu hochschauen. Der war halt so... Ich müsste die eigentlich fahren. Wo? Ich stelle mal neben vorne. Ja. Ja. Das war immer geschützt. Das war Vollgas. Das war Vollgas. Das war Vollgas. Ich hab jetzt vielleicht noch viele Sekunden gemacht. Ja. Ich hab noch nicht schlecht. Das war voll. Ja. Ich hab noch nicht schlecht. Ja. Ich hab noch nicht schlecht. Das war voll. Ja. Ja. Das ist echt schön. Ja. Eigentlich musst du halt sehr schnell reinfahren, damit du wirklich lange rauschen kannst. Das ist jetzt nur auf der Bremse einlenken. Du kannst das schon gut tun. Ja. 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 Du hast ja schon. Draht das... Ja. Ja. Die. Ja. Ja. Were you in den? Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017